Grüßlichen raus an euch, ich bin's Leslie von Dein Handy und damit herzlich willkommen zu einer ersten Folge Kommentare kommentieren und ja, ich habe mir die besten Kommentare von euch herausgesucht und würde sie jetzt einfach mal so ein bisschen mit euch wirken lassen. In diesem Fall sage ich jetzt einfach mal, starten wir die Session. Viel Spaß hat kommentiert, rasieren gehen, ja vielen Dank für die Erinnerung, das habe ich auf jeden Fall getan. Look beautiful again. Und ja, beim nächsten Mal gerne einfach für mich schon mal den Termin buchen, dann, weil manchmal vergesse ich das einfach vor lauter YouTube. Gregor Demmel schreibt, scheiß Video und unterhaltsamer Titel. Ja Gregor, toll, dass du überhaupt irgendwas für dich gefunden hast. Komm doch einfach beim nächsten Mal wieder vorbei und teile uns mit, ob jetzt diesmal vielleicht das Video ganz gut ist, aber dafür den Titel scheiße. Der, 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 der schreibt, hau mal ab, öh. Ok. Ah, hey 22, hey Dari schreibt, du siehst wie Murat aus. Jetzt ist halt die Frage, wer ist Murat und wie sieht er aus? Vielleicht ist er ja mal ein verlorengegangener Bruder. Also schreib es mal unten in die Kommentare und wir gleichen das ab. Frank schreibt erstmal ein Dislike. Darauf kann ich halt einfach nur sagen, boah, wen interessiert denn Ditte? Also jetzt mal ehrlich. Also ich frag mich ja so manches Mal, sind da Freizeitbeschäftigungen vorhanden? Und wenn ja, die müssen ja wirklich langweilig sein. Wenn man Zeit hat, den Dislike zu geben und es auch noch zu kommentieren. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe, die Kommentarspalten zu füllen. Von GTA 5 Movies gibt es tatsächlich auch einmal Lob. Also nein, ihr habt natürlich alle auch ab und zu mal wirklich lobende Worte gefunden. Was ich ziemlich gut finde, denn jede Art von konstruktiver Kritik bringt den Kanal weiter. Deswegen freut es mich, dass es Menschen da draußen gibt, denen die Videos wirklich gut gefallen. Danke dafür. Konrad schreibt, ihr testet ja noch schlimmer als Chip oder Computerbild. Sorry, not sorry. So, das muss ich jetzt leider wirklich ablesen. H.K. Ada schreibt Leslie H. Moody, ja Kalb. Kann mich das irgendjemand übersetzen? Bauprofi schreibt, sieht halt irgendwie nicht echt aus. Also, ja gut. Und zum Schluss wird es nochmal richtig intellektuell. Der Bernd schreibt, Neandertaler, worauf unser Viel Spaß, also der eben schon meinte Rasieren gehen, was ich ja zum Glück erledigt habe. Homo erectus schreibt, das ist natürlich korrekt richtig. Der Homo erectus ist der Neandertaler. Insofern würde ich sagen, 1 plus und ein Eintrag ins Fleißheftchen mit Bienchen obendrauf. Das ist ganz großartig. Also, vielen Dank für diese große Unterhaltung, für dieses große Kino in den Kommentarspalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Gas gebt. So, das war zwar die Creme de la Creme bis jetzt, aber da geht noch ein bisschen was. In diesem Sinne, habt ganz, ganz tolle Tage. Bis zum nächsten Video und dann geht es wieder um Technik. Bis dahin, euer Leslie. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video.